Hallo, guten Morgen, du kleines Ding. Hallo, hallo. Ja, hier geht es jemandem überhaupt nicht gut. Hallo, sag mal, du kleines Ding. Das ist eins von den vier Kleinen, die da ausgesetzt wurden vor unserem Tierheim. Vor ein paar Tagen kam gestern von der Pflegestelle, weil sie gestern Morgen einfach nicht mehr fressen wollte und nicht mehr aus der Hütte kam und alles ganz anders war als sonst. Oh, ja, ja, man sieht doch, das geht ja überhaupt nicht gut, ne? Ich habe schon einen Parvotest gemacht, der war negativ. Ich habe gestern Abend nochmal einen Parvotest gemacht, weil blutiger Durchfall. Oh, hey, das ist sehr schön. Das mal kurz. Oh, ja, ja. Ich stelle es lieber ein bisschen dahin, damit du es gleich nicht umwirfst. Ist das gut? Könntet ihr das weiter schmecken? Das wäre sehr schön hell. Mal sehen, ob das noch drin bleibt, ne? Oh, ja, 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 ja. Ui, ui, ui. Die Kleine, hey. Die braucht mehr als einen Daumen pro Mensch. Die braucht zwei. Ich nehme es noch ein bisschen. Ui, ui, ui. So, kein Kind. Ja. Die Kleine ist hier übel, ne? Die Kleine ist auch drin, ja. Okay. Spass.